was wollen sie besser schließlich nach er auch verheirat ist gerade mal eben auf frets umgestiegen den start nicht mehr aufgenommen ha ha ich sag doch das stürzen und fahr mal ab okay das ist mir noch nie passiert ich habe es jetzt auch nur borderlands und call of duty aufgenommen egal dass ich liebe diesen zombie ich kann wieder alles klar sehen weil er mich gehauen hat Bucky Usa ich liebe diesen zombie Bucky Usa scheiß ich weiß jetzt echt nicht wie viel verloren gegangen ist stürbst du alter wie geil also ich sag schon mal an meine Zuschauer falls ihr jetzt gerade irgendwie so mega Schnitt gehabt habt dann müsste man bei Jan auf dem Kanal gucken ich liebe Bugs ich komme der Insel näher aber meine Temperatur ist kalt das ist kacke die ist schon blau ich meine vier ist davor scheiße bitte nicht das ist ja richtig bitter ach so ja falls meine Zuschauer das jetzt gar nicht mitbekommen haben da oben ist ein Typ drauf mit dem MG der uns gerade alle getötet hat und ich versuche ihn halt ach du kacke noch alter einer ja alle außerhalb der wichtigsten getötet hat und ich versuche halt gerade dahin zu schwimmen und ihn dann mit meiner Brechstange zu töten aber die kacke ist oh Gott mir ist ziemlich kalt also nur noch der Kreis ist ausgefüllt und der ist blau das hört sich nach einem Problem ab alter ist einer an der Feuerwache ne ich schwimm Alex Alex bewegt sich glaube ich auch nicht so weiter ey dieser Wix hat mich schon wieder getroffen man warum bist du nicht tot ich sterbe immer noch ein Reimtreffer der ist scheiße der Junge ja jetzt mich tot ja Alex ja warum kannst du nicht einfach so mehr Kontakt weggeben also hier ist keiner an der Feuerwache dann knall ich den jetzt ab in der nördlichen Feuerwache ich höre schon mehr Bambis ne das sind Bandit ja und Bandit und Bambi gleichzeitig nein wir bräuchten nichts echt Jonas dabei dann wären wir schon 20 Leute so der würde jetzt erstmal mit dem reden erstmal nos go back gebratzt komm der würde jetzt da hinschwimmen mit dem reden die Klinik die Klinik die Klinik die Klinik also unser Jonas nicht der Jonas ach so ich dachte schon weil der Jonas kann ja kein Englisch der will immer mit allen Leuten reden und dann stirbt er okay jetzt jetzt blinkt meine Temperatur er kann dein Bestimmungen Boot stehen kann man ja ich sehe das Boot sogar glaube ich kann man schnell schwimmen das auch nicht mehr wenn du mir das Boot abschließt ja ich bin ja nicht mehr wegkommt Boot und Waffe abziehen Och komm bitte lass mich ja nicht sterben also ich hab oder ein PBX ich kann es nicht genauer kennen das ist sind nur so weiße auch Umrisse nicht mal Umrisse sind nur so zwei kleine oh scheiße oh ich seh dich alter oh man ich blinke oh jetzt bin ich gleich wo bist du eigentlich ähm ich bin unterwegs wo denn ich bin in Elektro gespawnt ja und wo bist du denn am Hafen gespawnt jetzt schwimm ich gerade durch so eine Einkerbung im Wasser du schwimmst auch dahin alle schwimmen nein ich kann ja den ablenken die ganze Zeit ja ich komme jetzt wieder deine Waffe Tom ne die hole ich mir jetzt wieder ach so ja ich komme jetzt auch dahin ich komme jetzt zu der Industriehalle ich will wahrscheinlich vorerst ne die ist leer dann nehmen sie trotzdem ist nicht mein Problem ich guck mal ob ich den irgendwie wieder sehe ich werde sogar sehr wahrscheinlich vorerst Alex du bist gestorben an der Straße ganz ehrlich ich bewege mich doch da kann man doch nicht so schnell sterben Alex wo bist du an der Straße also und wo sitzt der auf der Insel ja das versucht gerade herauszufinden ok ich guck mal mit ja der schießt nämlich gerade auf mich ja ich Leute da sitzt auch der DMR Typie auch auf der Insel oh jetzt ist mein jetzt ist das ganze Ding leer ich glaube es ist nicht ganz so gut oder also verlierst du erst Blut und dann stirbst du also hast du noch ein bisschen Zeit oh geil vielleicht haben die Blattpack oder so oder ich kann mich abandagieren wenn ich da bin völlig schnell Blut ne komm nicht also du überlebt das nicht so lange ja an welcher Straße bist du gestorben Alex auf der Hauptstraße ich bin aber gleich da das wäre jetzt echt scheiße wenn ich sterben würde ah sie schießen auf mich sie haben mich gesehen nice wo sind die denn siehst du sie ähm nicht auf dem Leuchtturm auf jeden Fall ah ich bin gestorben ja die sind ja die ganze Zeit auf den scheiße SRD egal ich kann das nochmal versuchen diesmal glaub scheiße ja in der in der nähe von der Metallhalle bin ich gestorben ne ich würde die echt gern töten ich hab jetzt auch so ein Bedürfnis zu killen nachdem die mich ungefähr fünfmal getötet haben ich auch aber ich sehe sie nicht also ich konnte ihn auch nicht sehen die haben sich in den Felsen versteckt ich versuche jetzt gleich nochmal hin zu schwimmen aber diesmal nicht so weit ich guck vielleicht einfach mal aus der Metallhalle raus so Traum ich hab deine Waffe jetzt äh meine Waffe jetzt wieder Alex gib mir meine Waffe wieder eins sehe ich gerade warte wo ist der boah hoffentlich kann man die Standalone Version mit Dings da aufnehmen Shadowplay okay wäre geil wenn ihr das überhaupt mal ich schieße auf mich ich bist du tot Alex nein ich schieße auf mich wir können ja ein Ablenkungsmanöver starten zwei Stücke so in der Halle Alex ich bin in der Halle wo bist du Alex geh mit meiner Waffe wieder ich lieg hier auf dem Feld und jetzt werde ich sterben wenn hier ein Zombie kommt ne sag mal wenn du tot ist du siehst doch diesen gelben fetten Bottich da ne soll ich spawnen wieder ich schwimme da jetzt gleich nochmal hin ja aber nicht von so weit weg ich der schießt mit meiner Munition ey Alex gibt's eh nix du bist hier gerade unten drin Tom oder wer ja ich weiß auch wie er die Tür zu machen will könnt ihr draußen vielleicht ein bisschen rumlaufen damit ihr den ablenkt weil ich laufe jetzt gerade ziemlich nah an die Insel ich lenke ihn gerade ab ach so cool Alex schießt gerade drauf ich seh die ruhig ich roll mich mal irgendwie in Sicherheit damit ich mal in Leiche laufe ah da auf dem Feld oder was oder ja die sind ja ganz auf dem Feld da Alex rollst du da ja ich kann nur rollen jetzt fliegt tot ja Alex wo bist du genau ich seh dich jetzt gar nicht du bist ein bisschen außerhalb oder ich denk du hast grad mich rollen sehen ich das war irgendwas das Flackern ich weiß nicht ob du das warst war jetzt in der Büsche wahrscheinlich im Weg ich check nicht wo die sind bist du links von der also wenn du jetzt bist du jetzt weiter entfernt von tot wo bist du gestorben Alex ungefähr so 10 5 bis 10 Meter von der Straße weg äh gegenüber von diesem gelben Bottich da sie schießen auf mich schießen echt wie auf dich Bottich was für ein Bottich wenn du den Kran anguckst der da steht wo links und rechts da ist es auch bei eben der Metallhalle auf dem Gelände da ist so dieses gelbe runde Ding ach das Riesending meinst du ja Bottich ein Bottich ist für mich so ein kleines grundes Ding wo du so wie ein Eimer ne das ist find ich das ja die sind auf der Insel ja das weiß ich schon ja ich geb dir genauso scheiß äh Angaben wie du mir also ne weiß ich hab ich dir schon gesagt dass die auf der Insel sind ok ich versuche jetzt zum Wasser zu kriechen aber du warst n aber du warst eher von der Hauptstraße weg ne kannst du mir denn sagen auf welchem Teil der Insel die sind auf der Insel mit dem Leuchtturm kannst du denn hier erschossen werden jetzt so diese Dämmschutzmauer ach da liegst du man war ja nicht mal weit weg Alex schade ach jetzt hab ich sie gesehen wo sind sie ungefähr ne jetzt bist du nicht Alex wo bist du? in der Mitte also wenn du auf den Leuchtturm hier von der Metallhalle guckst äh dann ne Alex deine Beschreibung ist echt awesome ach ja ich hab sie grad verloren die sind grad hinter so einem Felsen äh also der eine ist grad runtergefallen vom Felsen und ist gestorben was? echt? also also wenn du von der Metallhalle auf den Leuchtturm guckst äh dann stehen da ja zwei Bäume einer steht direkt vorm Leuchtturm und einer etwas weiter links die und dann kommt so ein Felsen der äh gerade in den Himmel ragt und dahinter sind die gerade also gucken sie grad nicht zu uns? ne geil dann sag mal bescheid ob wir sie wieder gucken bist du weiter von der weggestommen also ach da du nix sozusagen neben der Hauptstraße ja das hab ich aber auch bereits gesagt weil ich bin ich versuch grad frontal rüber zu schwimmen gleich ne das bist du auch nicht da nix so hier liegen einfach so viele Leichen rum das sind irgendwo Zombies mein ich also ja man ey gucken die immer noch nicht an? ne die gucken immer noch nicht ja so scheiße war meine Wegbeschreibung jetzt auch nicht ok weil dann versuche ich jetzt im Schutz der Felsen darüber zu schwimmen ich bin jetzt direkt frontal da wo die sie schießen doch sie schießt auf mich auf mich auf mich ja ich seh ihn ich bin hinter den Felsen dabei jetzt ok schießen die auf mich könnt ihr könnt ihr auf die schießen dass sie sie ablenkt ja ja es wieder ablenkt ich geh jetzt vorne ans Ufer und dann scheiße ich traue mich aber jetzt nicht rüber zu schwimmen ist einer grad bei mir hier also ich schwimme hier vorne im Wasser ich versuche jetzt hier Arti Zombies zu töten so ok sie sind jetzt an diesem äh zweiten Baum von dem ich gesprochen habe alter Jan bist du das? ja ja ich schieße hier oben könnt ihr auf sie schießen? also ich kann die gar nicht schießen ich sitze in dieser Mechanikhalle oben drin hey jetzt hab ich den Leiche schon wieder verloren ne da liegt sie Jan hast du die Möglichkeit auf dich zu schießen? auf dich? gut dann kann ich na oh toll kann es sein dass die hacken aber ich will los sein einfach nur weil die ich hab mein Kopf nur ganz kurz rausgestreckt und war gleich tot Tom kann es sein dass du von der AK getötet wurdest? nein wer schießt mit der AK? ich so wollen wir jetzt irgendwas anderes versuchen? ja wir können ja eh nix machen solange die werden uns auch jagen wie denn? wir müssen noch irgendwas haben damit die da rüber gekommen sind im Boot das wär so geil wenn wir kann man da irgendwo dann ein Boot finden nachher wäre hier die Karte oder ein Jet Ski oder so nur irgendwas geiles ich muss gleich mal meine Taste loll ich hab einen gekillt Taste beschweren ich schwimm da jetzt rüber ich hab's glaub ich eingekillt ne gar nicht das war auch von zwei Metern aber ich weiß wo sie sind geht auf ach du kacke ich glaub ich hab auszusehen nicht Elektro beim Spawn getroffen hast du bei Lotta gedrückt? ne die Mitte ach so Cernerus ja glaub ich ich werd in Drakon gespawnt ok ich bin gespawnt in Cernerus geil ich hab mich gefunden ja wo bist du gespawnt? in Cernerus ja ok Cernerus ne warte dann hab ich da nicht drauf geachtet wo ich gespawnt bin fuck wo bin ich denn ich sehe irgendwas von Drakon gesagt oh nein ich bin hier wo die Brücke ist Kamenka er kann sie auch umbringen lassen Zombie nö aber vielleicht ich schieße mich ich schieße mich ich schieße mich wie viel Monier haben die denn genug schickt euch na super wenn ich mal zu erschießen Jan ja ich gucke ja auch mal kein Neustart mittlerweile können wir noch nicht drücken fuck jetzt muss ich ja oh so ich muss noch ungefähr 30 Meter schwimmen da bin ich an der Insel echt? ja warum? oh man ich versuch das dreimal oder so stirb hey Zombie töte mich also ich jetzt irgendwo ein Heli oder? so Heli keine mit Waffe ja dann kannst du mir sagen wenn du irgendwie schießt ja das ist ja die AK Cobra ich schieße jetzt einmal boah ich hasse das wenn du nur so an Zombies vorbeilaufst und sich einmal schlagen dann blutest du gleich hast du über die Hässe von deinem Leben verloren jetzt lass ich mich hier 20 mal von einem Zombie schlagen hab gerade mal als die Hälfte von meinem Leben weg und blute noch nicht mal Alex läufst du gerade hier auf mich zu? ich schwimme gerade ich bin genau von ich bin 5 Meter vor der Insel Jan ok ich sehe den Gilly Typen der runtergefallen ist bitte porque